Das ist doch nur ein Tipp, Mann. Okay, Entschuldigung, Prinzessin. Ey, ey, jetzt mal ernst gemeinte Frage. Wann gehst du schlafen überhaupt? Ja, hier. Zeig doch mal die Umgebung. Ist ja total ruhig da bei dir hier. Ja, ich habe auch meine Bank. Ich habe die erobert. Es ist mein Zuhause. Ich habe vier Stunden mit Penas kämpfen müssen, damit ich diese Bank erober. Weißt du, wie hart das war? Woffentlich regnet es nicht hier. Guck mal Wetter-App, ob es gleich regnet demnächst. Sonst, du hast es schwer, wenn es gleich regnet. Wenn es regnet, dann gehe ich in die Kirche rein. Kirche? Ja, die Kirche hat immer auf. Töbe, töbe. Wie gesagt. Man darf rein, näher aber noch und warm. Nein, niemals, Wallah. Was, wie? Was für Kirche? Ich weiß nicht. Bist du Muslimin? Ja. Wieso trägst du dann kein Kopftuch? Ja. Tano, mach jetzt nicht so, ja? Ja, dann mach die Kirche auch nicht schlecht, bitte. Ich gehe schlafen am besten. Ey? Wie groß bist du eigentlich? Weil ich, nein, ich tue gerade wirklich mir ernsthafte Sorgen machen, ob es überhaupt bequem ist gerade auf der Bank. Ich bin 1,90 m groß, meine Füße gehen da raus, siehst du nicht? Nein. Tu mal von irgendwo, Clan, ja? Was ist das? Wallah, das ist nicht... Leute, das ist gerade wirklich nicht witzig. Ja, was soll ich machen? Gott wolltest du. Alles hängt von dir. Warum hast du dich gestritten, ja? Was war das? Was war der Grund, ja? Ich hab keinen letzten Nutella-Brot gegessen von meinem Vater. Da hat er gesagt, ohne Scheiß, geh raus. Guck mal, Nutella ist jetzt demnächst im Angebot. Kaufland. Ja, was soll ich machen? Hol eins, so als Ding, ja? Versöhnung, weißt du? Wallah, dieser Anblick, den will ich nicht noch mal sehen. Okay, ich muss... Ey, Engel, guck mal. Soll ich jetzt um die Uhrzeit... Engel? Ha? Ha? Sokakta mısın? Ha? Asus Süpermen, Alice Goodman bura. Aleyhisselam. Ne yapıyorsun, Engel? Dışada mısın? Ja, görmüyor musun? Schickoköt verin. Dışada mı yapıyorsun? Ja. Ich hab mit meinem Vater gelegt, ich bin ja so obdachlos. Ich hab mit meinem Vater gelegt, Engel. Ich hab mit meinem Vater gelegt, Engel. Ich hab mit seinem Nutella-Brot gegessen. Ich hab mit meinem Vater gelegt. Ja, ich hab mit meinem Nutella-Brot gelegt. Deswegen. Engel, ich hab mit meinem Vater gelegt. Ich hab mit meinem Vater gelegt, wenn du so wie du bist. Engel, ich hab mit meinem Vater gelegt. Ich hab mit meinem Vater gelegt. Ja, ich hab mit meinem Eltern gelegt. Du sollst die ganze Zeit rum haben wir nachräumen. Giano, guck mal, mein Auto. Ich habe ganz weit geparkt. Ich denke mal, ich gehe raus und jemand steht da ja. Und wartet, bis ich rausgekommen bin. Ich kann dich nicht ertragen, Alter. Ist schon kalt genug? Soll ich nicht oder soll ich nicht? Geh doch zu deinem Nachbarn. Was? Das lud nicht. Engel, mir ah? Er richtet Understand that guy. Ap今日は Semin꼬 gückü. Kann ich die Marcin eingehen? Jetzt in Europa kommen perspective. Ich schaffe Ihren Nachbarthewitzschweig nicht. Und den Nachbarthewitzschweigegen bregen. Das concentrations betvity. Ich hab dich nicht experimentiert. Ich wollte dir ein Experiment machen. Nein, ich geh doch wieder zurück. Nein, ich mach dir nicht. Geh mal Kirche. Hey, Kirche ist ein Heiliger für die Christen. Darüber machen wir gar Spaß. Eigentlich könnte ich theoretisch gehen. Ist mal sogar erlaubt. Engel, ich kenne dich nicht, ich bin in der Üstung. Ich hab mich immer sehr gewohnt, aber es ist so. Der ist so. Ich hab dich nicht verstanden, aber ich bin in der Üstung. Die Kliniken haben letztlich ausgeschlossen. Das ist so. Ich bin in der Üstung. Ich bin in der Üstung. Ich bin in der Üstung. Engel, ich bin im Üstung. Die Türkischen Garten hat mal in einem Glas geschlafen. wie Relaxo von Pokémon. Hatte bis Morgengrauen, weil er übergewichtig ist, konnte sich nicht bewegen. Und dann waren afrikanische Kinder, wollten ihn aufhessen. Prominentia. Fehlwort, das sind Prominente. Ihr seid Prominentia. Kannst du keine manieren? Oh, nicht so aggressiv, cool bleiben. Ja, bitte. Jetzt, Emre. Sag, Emre. Meine Arme nach oben. Ich hole mir jetzt die Decke, wir machen das Experiment weiter. Aber ohne Decke ist schwer, Mann. Die Obdachlosen haben wegen Schlafsack, ich habe gar nichts gehabt. Haben sie gesehen? Zwei Stunden habe ich jetzt zum Überleben gekämpft. Zwei Stunden. Das schafft keiner TikToker. Ich hole mir jetzt die Decke, ich gehe da hin. Ich schwöre dir bei Gott. Aber um heute schlafe ich dort. Ich hole mir noch so einen Unterlag, das muss schon hinhauen. Ich muss einmal das Atatürkische Gefühl haben. Zwei Stunden habe ich um mein Leben überkämpft. Ja, meist gerade 1.300 Zuschauer haben wir nach oben. Wie ein Obdachloser draußen schläft. Ja, wäre ich in der Türkei, wäre es kein Problem. Almanacok ist sehr kalt, Mann. In Türkei kannst du was machen, Wallah. In Türkei, wenn du mal besoffen bist, kannst du im Strand schlafen. Aber hier ist es unmöglich, Mann. Die Obdachlosen haben Decke. Ich habe nicht mal Decke. Aber ich hole mir jetzt Decke und gehe jetzt da hin. Und Kissen, genau, hole ich mir auch. Die haben auch Kissen, das habe ich auch nicht gehabt. Drei Stunden. Drei Stunden lang habe ich um mein Leben gekämpft. Eigentlich muss ich mal mit Rocky ein Match machen. Der Verlierer schläft draußen mit Rocky. Rocky würde das sogar machen. Oh, ohne Scheiß. Mit Rocky würde ich machen. Hör mir zu. Ich komm jetzt. Ja, ich bin beginners. Ich werde mich auf Bögen. Ich bin bis zum Beispiel. Ich bin..." Das ist eine Sch워zt zu sein. Ich brauche so ein kleines Lagerfeuer, ich muss draußen jetzt überleben, aber wie? Und ich brauche Nahrung. Warte, ich mache jetzt Feuer, Wallah. Aber wo kann ich Feuer machen? Heute Experiment, Leute, draußen schlafen. Und ich werde jetzt ein Fisch fangen oder ein Ente. Erstmal brauchen wir Nahrung, Wallah. Dicharda yatma Experiment yapıyorum da, canlıyım. Atatürk da Dicharda yattıysa, anlamazsınız, schailsiniz. Yatacam, he. Denn ich werde jetzt ein Fisch fangen. Und ich decisi givet am Lerwatan satiö. Asker olun Türk olun, Atatürk olun. Manche Hänze kunteren, die kommen von der Arbeit raus. So. Aber jetzt muss ich mal Feuer machen, meine Hände frieren. Jetzt noch mal ein Rauchendruck. Ich habe einen Moment in den Augen, ich hätte le Athen und Faculty immer wieder hochladen. Ich habe diese Videos. Ich habe diesen Momenten immer wieder mit Foto. Ich habe das eine Pause, ich komme auf ihm in Acht, immer noch eine Art und die Wasser zu machen. Jetzt wäre ich mit den Wallen auf das Jahr, dann wäre ich auf meine Straße. Herr Bauer. Was ist denn da? Ja, ja, man kennt sie. Was sind alle wach, frage ich mich selber, Bruder, ist ja auch Engel. Ich muss laufen, laufen, hilf gegen den Kreislauf. Immer die Kälte gewinnen, Kälte ist Kofssache. Wenn ich so eine Batta an der Decke habe, jetzt Kofges, dann geht's, dann kann ich schlafen. Oh, danke für den wunderbaren Raum, mein Bruder. Vielen Dank, mein Bruder. Oh, danke, mein Bruder. Ich habe Zahnschmerzen, was denkst du, warum ich keine Zahnschmerzen mehr habe? Ich habe meine eigene Medizin, ich gehe nicht zur Zahnarzt oder so. Einfach Schneemann auf den Zaun räumen, dann ist alles okay. Tschö. Das Straßenleben hat mir nicht gefallen. Ich sage dir ganz ehrlich, ich möge Gott jeden beschützen. Das ist nichts für mich. Ich habe drei Stunden lang jetzt für mein Leben gekämpft, mit der Kälte zu tun gehabt. Es wollten Leute mich angreifen, es hat geregnet. Drei Stunden lang ohne Hunger und Wasser. Das muss ein TikToker erst einmal schaffen. Drei Stunden lang habe ich jetzt gekämpft für mein Leben. Drei Stunden lang. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Oh Gott, jetzt so diese Wiener. Diese Wärme, diese Wärme. Soll ich noch meine Decke, meine Kisten. Natürlich meine Powerbank. Ja, da habe ich was gehört, aber ich mische mich da gar nicht heim, Bruder. Ich bin ein Wärme. Hi. Hi, Engelsgesicht. Gute Äpfel, du. Danke. Wie geht's? Was machst du? Nichts. Was machst du? Ich habe gerade draußen geschlafen, ohne Witz drei Stunden lang. Ohne Essen, ohne Trinken. Warum bist du nicht zu mir gekommen? Wo wohnst du denn? Wuppertal. Pechkoreges Türkmüsüm. Türkim sen? Ja. Ja. Mach mal Rumtour. Ja, ich bin, hab grad nicht, also, ich kann jetzt nicht aufstehen. Warum? Warte. Was hast du gesagt? Keine Rumtour wollen wir sehen, Rumtour. Ja, geht nicht, ich kann nicht aufstehen. Ja. Ja. Wie alt bist du? 19. Du? Niemals. Ja, ich schau alte aus. Bleib mal jetzt ernst. Ich finde dich wirklich süß. Bleib mal jetzt ernst. Ich weiß, viele Frauen finden mich süß, aber ich bin wirklich 19. Wow, hast dich gut gehalten. Nein, ich bin 33. Okay. Und du, wie alt bist du? 24. Maschallah. Wieso so eine hübsche Frau wie du immer noch Single? Ich weiß nicht, soll selbstständig sein. Der Mann oder wie? Ja, ja. Wie ist selbstständig? Erzähl mal. Soll ein Haus besitzen, selbstständig. Ja, was bringt ein Haus, eine Küche, wenn die Frau nicht gucken kann? Warte doch mal, lass mich doch ausreden. Ja, bitte. Ja, soll. Ne? Ja, was? Taschachlaroße will Taschach. Ach so, okay. Also drei Zentimeter Jahre ohne Koffer oder was? Ey, der sagt das voll trocken und hart, ne? So indirekt. Ja, was soll ich machen, wenn du so rüberbringst? Leute, tipp auf den Bildschirm. Guck mal, er hat keine Community. Nix. Ich? Ja, guck mal mit deinen 100 Punkte. Pass auf, was ist passiert. Pass auf. Ey Leute, komm bitte, lass den auch zusammen. Warte mal mal zwei ab. Bitte. David, danke. Dankeschön, Patrick. Was geht denn bei dir so? Du chillst immer mit Opa im Auto, hä? Schalambula? Ich kann nicht mehr. Ey, woher kommst du? Sei ehrlich. Wie meinst du, wo ich komme? Stadt. München. Okay, bisschen weit. Ja, hast du eigene Wohnung? Jetzt echt hast du wirklich eigene Wohnung. Einer schreibt, du hast eine Freundin. Ex-Freundin. 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 Ich habe viele Freunde, die Scheine kosten, wenn ich in den roten Milieu gehe. Läuft bei dir. Halt, aber Punktzahlen. Siehst du? Ja, was ist das, ja? Was, was ist das? Wie viele hast du überhaupt? 2.000 Punkte, was ist das? Ja, was hast du überhaupt? Mit deine 70 Punkte. Ja, 60 und? Ja, was ist das? Du hast doch mehr Zuschauer als ich. Du musst mehr haben, mehr. 4.000 reicht das nicht. Könntest du mehr besuchen? Schwach, Wallah, du bist schwach. Komm mir mit 50k, 60k. Hatte, la? Hatte! Um die Uhrzeit doch nicht. 50k, 60k schon, aber wenn wir um Bestrafung spielen, dann können wir das machen. Oder so, mit Bestrafung, ja. Frag nach seinem Sohn, warum? Warte mal, ich komm gleich. Okay, tu mal kurz weiter, ich muss schnell Zahnschmerztabletten nehmen. Getsch mich aus, und Giano! Ach so. Dankeschön, Leute. Dankeschön fürs Folgen, hab ich doch. Ich hab doch gefragt, Sohn. Der guckt sich gar nicht mehr. Leute, ihr seid doch behindert. Dankeschön fürs Tappen. Ja, ich hab auf meinem Instagram-Link. Der ist aus Frankfurt. Es kommt nicht auf die... Warte. Die Lava. Ich weiß das doch, Leute. Chillt doch mal. Engel! Giano! Ja? Wann spielen wir mit Bestrafung? Hast du Bock später? Mo, heute können wir machen, abends 8, 9 Uhr oder 11 Uhr. Mache ich immer Frühstück. Sag Walla! Walla! Aber ich will so krasse Bestrafung. Walla-Bag, so richtig krasse. Also ich mach auf. Wenn mir der Verlierer geht, wenn ich verliere, wenn ich verliere, wenn du verlierst, du gibst Hoja Gott. Nein, nicht so. Aber ich kann halt so rausgehen und Sachen machen. Walla! Wenn wir machen, versprochen. Ich bin immer 11 Uhr, 12 Uhr aktiv. Sag Walla! Walla! Ich mach mit Rocky Sprich, aber du musst echt deine Bestrafung dann machen. Mach ich auch, aber nicht so diese nackt und so Abarthma. Nein, nein, sowas mach ich nicht. Aber wir gehen in den Fluss Paawasser und so rein, 10 Minuten drinbleiben. Okay, ich bin dabei. Heute um 23 Uhr. In der Nacht meinst du? Oder meinst du morgens? Nee, ich bin jetzt so, jetzt noch online und dann mach ich immer Frühstückfernsehen. 11, 12, wir können ja auch sagen. Komm, du hast echt eigene Wohnung? Ja, hab ich. Soll ich jetzt zu dir fahren? Was machst du wie ein amerikanischer Oldsburg? Ich kann nicht mehr. Du hast noch nicht mal einen Führerschein, kein Auto. Wie willst du kommen? Mit Zug? Und dann, und dann, Giano? Bei dir schlafen, Kino gehen, was Frühstücken. Ich dein Abendessen, Hjana, mach du auf mich. Jetzt ist die weg. Ich dein Abendessen, Sleep. Ich bin jetzt so, ich bin jetzt da. Ich bin jetzt hier, was ich weiß, was ich bin. Ich bin hier. Vielen Dank.